was hier auf youtube herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute reagiere ich auf handy sperrbildschirm von meiner community ich würde mal sagen lasst gerne ein like da kommentiert für den algorithmus abonniert den kanal wir sind kurz vor 2600 mit freunden viel spaß beim video okay wir gehen rein ist cool so classic das stimmt und jetzt juckt hier keinen anderen mehr nächstes bild coutinho bacher ich höre der typ war so krass ne und dann ist er zu wazona gewechselt ja dann meine scheiße lecker jau dicker chill mal chat was sagt sie zu dem hintergrundbild beim handy ich gebe eine 8 weil süß und nicht so classic rai nur weil du rai hattest du mein mysterium bro was ist aber er war wirklich der fucking gut damals ne es war so schön seine fights zu sehen immer in dieser wwe das ist cool aber wo ist das rai ist das heimat bei dir ich glaube das ist seine heimat heimat ja 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 ich weiß ich weiß das sieht schon ein bisschen so danach aus okay wir machen weiter juh bellinghand hat mich verstanden auch einmal hat jeder crush auf ihn aber das ist geil warum bin ich mal diskutieren sehen und sehen warum bin ich mal diskutieren immer guter man gut so chat 1 bis 10 kommen wir jetzt alle die hunde ich bin ein besicht das fände ich bin christophels fällen und sind ich was für ein fan schalke fände ich bruder aber auch mal in die laden vielleicht wäre ein tipp aber hier ich kann die auch krass ich sage euch ehrlich ich feier also an jones so krass ich würde mir so wünscht dass er zurückkommen und ich glaube er kommt sogar zurück der typ ist noch so jung man der hat noch so eine gute karriere vor sich alter das ist das ist sehr süß man das ist justin sein hund er hat einfach mbp und nehmann noch drin aber 1 bis 10 was sagt dazu ich sag 10 das ist halt sowas privates was süßes ne just ist ein hund ja mein dicke aber also ich glaube er wollte so partner mit seinem hund haben so white white so ronaldi legend 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 der bruder ist arsenal fan sonst kann ich mir nicht erzählen also irgendwie warum er saka irgendwie feiert um 6.10 vor allem finde ich auch cool der bruder hat einen scheiß schlaf rhythmus einer hört arschig sind moody ns bleibt mal bitte einen kleinen part ein was das für ein song ist und dann hat er irgendeinen fußballer mainz wer ist das marco richter hat er nicht bei ärter gespielt stimmt den kenne ich doch den kenne ich sehr schön da frage ich euch auch nicht weil ich finde das so oder so voll schön dicker das sieht krass aus 11 von 10 100 von 10 und was für 11 endrick ist halt wirklich ein wahrer fan ich gebe mein herz für dich für bayern lebe ich ich lasse dich nie im stich war das ist korrekt okay das finde ich zum wiederum mal krass das ist echt sehr schön was man ist ja glaube ich deutschland im hintergrund wer ist das jetzt hier ich glaube das waren ehemalige nbl spieler keine ahnung der akkus es sind noch ein paar mittlerweile dabei die ich noch gar nicht kenne warum hört der bruder das ist der gleiche typ ich kann das nicht mehr guck wie ernst die gucken man junge dein wlan nimmt sich an schreckt mich das so hart alter was macht der da bruder sieht krass aus sieht ja wirklich krass aus oder was ist das jetzt hier ja ich glaube das ist er einfach mini speed le dientes felfele felfele felfel was le dientes felfele felsas ich kann die sprache nicht das ist crazy einfach so gut also speedzone digger nein der goat der goat auf einen blick und ich sag so wie es ist das bild ist so schön bruder ist das bild geil und die realzeit mit ronaldo war so krass das war so krass wirklich was ist das hier das war dieses turnier damals ne ich glaub ja montag 19 februar die frau macht dem bruder kopfschmerzen wenn wir mein kopf spielen süßes paar süßes paar inshallah für 1000 jahre noch zusammen der bruder liebt diesen wie ist der nur ist das dieser ist das felix abu ach ne ok 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 das ist ja oder so keine ahnung ähm gut muster ich dachte das war das mp wegen dieser trikotfarbe und sowas das bild finde ich nicht so gut das finde ich krass das ist sehr sehr krass digger das bild ist krass das ist eine 10 von 10 das bild ist wirklich sehr sehr schön das ist classic cool das ist auch sehr schön auch der nächste es gibt so viele ronaldo fans ist nicht mehr lustig na das ist crazy und also hier und also da das ist auch sehr schön das red bull ich erkenne das nicht an dieser orakel ich bin v1 komplett raus auch sehr schön er feiert v1 feier ich das ist sehr süß unser mann erging mehr connection als keine ahnung wer was ist geisteskrank der bruder kennen alle weil es messi ronaldo einfach die gerne was ist von musik mr ethan wieder unser gut ronaldo bruder es gibt so viele ronaldo fans da das pavlovich ähm pavlovich und musiala beides kranke talente einfach mal ins schämen macher macher malo 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 blenden mann nein er wird niemals machen unser katar malon ehrenmann er wird niemals einblenden digger tarik ich banne dich gleich du okay lena hat einfach blumen auch geschenkt bekommen da habe ich fragen von wem lieber nicht versteht da zum ich habe keine ahnung was steht nein ich weiß sie auch super typ ich habe keine ahnung wer das ist wer ist das was ist das bruder was ist das für die scheiße oder was ist für ein hintergrund beyonce ist das ich habe keine ahnung unser aktivster mod snapchat nach ich hätte sie gerne mal zeigen können wo hätte sie gerne mal zeigen können digger du du er will nur anspielung machen auf diesen kack bild von break was darum ging und dann macht er extra noch einen song auf oder bitte febbert boah heute alle banger guter mann guter mann guter mann gut zu fübeln also hinterher und sperrbildschirm eigentlich habe ich auch eine 10 so ein vorbild der bruder kein discord auf mb aber das ist meins ich bin der größte hund wenn du das hast war klar bei koopi der liebt service über alles ja das ist easy glaube ich stabiler typ oder so ließ bei ellie beide ich habe immer keine ahnung ich glaube das ist odysse sogar es ist zu okay gut okay damien baby alter für evo mit tibala geht zwar das letzte auf jeden fall das war's mit dem video dankeschön für schauen auf jeden fall lasst gerne like da kommentiert für deinen algorithmus abonniert den kanal und joint dem discord link ist in der beschreibung falls ihr mal bei sowas mitmachen wollt haut da rein ciao